So, jetzt sitzen wir hier und warten auf dem Flieger und der kommt nicht. Wie ich meinst, wir sind ja viel zu früh da in Frankfurt am Flughafen. Und jetzt sitzen wir hier am Gate E8 und warten, dass der Flieger nach Marrakesch kommt. Aber, naja, wie immer, durcheinander, Hunger haben wir, aber naja.